Schönen und Herren, liebe Ballgäste, geschätzte Feuerwehrkameraden. Hier in der alten Volksschule in Burgerberg zu unserem Feuerwehrball begrüßen und herzlich willkommen heißen. Ich glaube immer, ich brauche mir nichts aufschreiben, weil ich eh nichts vergiss, aber im Nachhinein merke ich immer, ich vergiss trotzdem was, aber wenn ich jetzt wirklich was vergiss, ist dieser Herr, der mir verantwortlich ist. Aber der besten Stiftführer, was man sich nur als Kommandantin wünschen kann. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020